Herzlich willkommen hier, KB2, hier war ich auch noch nie, das ist etwas Neues, hingegen das Generationenhaus, das kenne ich natürlich, es ist eine Oase der Ruhe und jetzt wird diese Ruhe etwas aufgewischt heute durch diesen Digitaltag, ist etwas belebt. Das Problem ist, wenn wir Zünderung ziehen, das ist auch vergleichbar, das Problem ist. Auch wissen wir noch dort haben oder dort haben wir eigentlich, dass wir wirklich immer belegen, weil es sind ganz sicher nicht mehr in Zünderung, auch die besten Verhältnismäden. Dieses Bild mag ich sehr. Es steht für das Buch. Homo Deus von Harari, der abgesehen von sehr vielen anderen cleveren Dingen sagt, wir leben in einer Zeit, die so unglaublich ist, die mehr zulässt, als die Römer ihren Göttern zugeschrieben haben. Denken Sie darüber nach, was wir heute alles für Möglichkeiten haben, mehr als die Götterwelt der Antike. Und wenn das stimmt, und wir wissen alle, wir spüren es, dass es stimmt, dann ist es unsere Pflicht, besonders als öffentliche Hände, besonders im öffentlichen Dienst, besonders im öffentlichen Kontext, dafür zu sorgen, dass wir diese Möglichkeiten nutzen für eine bessere Welt, für eine Welt, in welchen sich die Menschen in unserem Land, in unserem Kanton, in unserer Stadt entfalten können, und zwar so, wie es sie wünschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.